Darf ich einen haben? Haben Sie Ihren Vater denn überhaupt nicht geliebt? Doch. Ganz los. Wer trägt eigentlich die Schuld an, dem das geschah? Weißt du, ich war verrückt nach dir. Und ich wollte echt gern mit dir schlafen. Irgendwann mal, aber nicht gerade mit 15. Und als du dann Schluss gemacht hast, weil du hast mit mir Schluss gemacht, weil ich ja angeblich zu verklemmt war, da habe ich geweint und ich habe dich gehasst. Und als mich dieser Schleimscheiße dann angemacht hat, da war ich einfach zu fertig, um ihn abzuweisen. Es war keine Vergewaltigung, weil ich sagte, okay. Aber es war nah dran. Ich hatte bis nach der Uni kein einziges Mal Sex, was mir so zuwider. Ob du es glaubst oder nicht, auch meine biologische Uhr tickt. Ich will ein Kind. Das ist doch toll, oder? Tom. Was? Tom muss es machen. Spielst du? Oh, ihr Kinder sind süß, intelligent, gesund. Das wird er doch auch mit mir hinkriegen. Bis zum nächsten Mal.